So Leute, im heutigen Video werden wir uns über ein paar ziemlich interessante Charts unterhalten. Der interessanteste oder einer der wichtigsten ist allerdings meiner Meinung nach dieser hier. Denn was wir hier sehen können, ist der Grund dafür, warum ihr, ja, wahrscheinlich ziemlich bullisch auf Bitcoin sein solltet. Dann unterhalten wir uns darüber, wer momentan bei dieser Price Rally die treibenden Bitcoin-Käufer sind. Es wird ein paar Updates geben über Sachen, die ihr einfach wissen müsst. Denn Leute, wir hatten gerade erst ein, haltet euch fest, 600 Millionen Dollar Hack am Kryptomarkt. Ja, der natürlich auch einen Einfluss auf die Märkte haben wird. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. So, dann lasst uns auch mal schauen, wie Bitcoin momentan aussieht. Auf dem 4-Stunden-Shotter konsolidieren wir jetzt immer noch innerhalb dieses kleinen Kanals. Das ist ja jetzt nichts ungewöhnliches. Also man kann sehen, wir haben hier so eine kleine Dreiecksformation. Und sollten wir tatsächlich einen Breakout aus dieser Dreiecksformation sehen, dann könnte uns das wieder bis zu 48.200 Dollar Marke bringen. Und ich denke, dann ist es lediglich eine Frage der Zeit, bis wir auf den nächsten Widerstand stoßen. Wobei der erste Widerstand bei 50.000 Dollar liegen würde. Auf dem 4-Stunden-Shot sehen wir jetzt also diese Konsolidierung, nachdem wir einen wirklich massiven Anstieg gehabt haben. Das haben wir öfter gesehen, immer wieder mal. Wir haben immer einen massiven Pump, dann Konsolidierung und dann geht es weiter. Im Grunde genommen sieht also alles gut aus. Nichts, worüber man sich Sorgen machen sollte. Denn wenn überhaupt, dann halten sich die Preise sogar ziemlich gut, obwohl wir diesen Hack gehabt haben, den wir auch gleich noch ein bisschen besprechen werden. Auf dem Daily-Shot, da haben wir jetzt natürlich immer noch dieses riesige Dreieck, aus dem wir selbstverständlich ausgeboren sind. Und wo finden wir jetzt gerade Widerstand? Klar, wir wissen auf dem 4-Stunden-Shot, da haben wir die Marke bei 48.188. Aber wenn wir jetzt einmal auf den Daily-Shot gehen und die Moving Averages einschalten, da können wir sehen, dass wir momentan wirklich ziemlich genau beim 200er gleitenden Tagedurchschnitt Widerstand finden. Tatsächlich ist das auch immer eine ziemlich wichtige Marke, auf die man achten sollte. Schaut mal, hier an dieser Stelle haben wir es 1-2 Mal getroffen. Das bedeutet, die gesamte Umgebung bei 48.000 Dollar ist, ich meine, wir hatten hier einen richtig schönen kleinen Pump und es ist definitiv kein Zufall, warum wir hier auf Widerstand treffen, weil wir haben einmal den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt und natürlich die orangenen Linien auf dem 4-Stunden-Shot. So, jetzt lasst uns mal ein bisschen über die traditionellen Märkte sprechen, bevor wir zu ein paar auch ziemlich wichtigen Charts übergehen, die uns ein paar Sachen für Krypto und Bitcoin zeigen. Was wir jetzt auf jeden Fall bei den traditionellen Märkten sehen können, ist, dass wir uns immer noch der wichtigen Marke von 4.641 nähern. Wenn wir mal ein bisschen rauszoomen und auf den Daily-Chart gehen, können wir sehen, dass wir sind gar nicht mal allzu weit von unserem letzten Allzeithoch entfernt. Wie weit sind wir entfernt? Naja, das sind momentan gerade mal noch so 5% ungefähr. Das ist eigentlich ziemlich sicherlich, wenn man mal bedenkt, wie bärisch die Stimmung in den letzten Wochen gewesen ist. Und wir sind jetzt gerade mal nur noch 5% von unserem bisherigen Allzeithoch entfernt. Das ist also eine ziemlich coole Sache. Und sollten wir diese orangene Linie durchbrechen, erwarte ich natürlich einen Test des bisherigen Allzeithochs. Das bringt mich jetzt wieder zu den On-Chain-Daten. Wer kauft denn überhaupt momentan Bitcoin? Und ja, wie ich euch bereits gezeigt habe, die Wale kaufen tatsächlich gar nicht mehr allzu viel Bitcoin. Momentan sind es die normalen Leute, die die Leute, die Kryptowährungen einfach durch die Adoption kaufen. Die pumpen den Preis von Bitcoin in die Höhe. Ich meine, klar, es gibt viele verschiedene Faktoren, aber das ist definitiv einer der Faktoren. Denn was wir sehen können, ist, dass die Leute, die Bitcoin kaufen, das sind einfach kleine Besitzer. Kleine Fische, aber es sind viele kleine Fische und das macht natürlich einen riesen Unterschied. Die Wale, die haben bereits ihre Bitcoin gekauft, als wir uns damals dem 30.000 Dollar Level genähert haben. Also ziemlich genau an dieser Stelle. Und wenn wir das mal alles hier wegnehmen, da kann man sehen, sie haben hier wirklich riesige Stücke gekauft, als wir uns diesen Level genähert haben. Und dann noch ein kleines bisschen auf dem Weg nach oben. Wir sehen jetzt momentan, dass die kleineren Leute Bitcoin kaufen, weil wir sehen einfach Massenakzeptanz. Wahrscheinlich auch wegen der Spannung auf der ganzen Welt, der Ungewissheit. Die Leute wollen einfach ein paar Bitcoin haben. Coole Sache auf jeden Fall. Und jetzt lasst mich euch das hier zeigen. Das ist der aussagekräftigste Chart, der euch wahrscheinlich ziemlich bullisch für Bitcoin machen sollte. Das hier, das ist die Wachstumsrate der Geldmenge M2. Wenn man jetzt mit der Maus über diese Ebene fährt, dann sieht man die Inflation hier unten. Und man sieht die durchschnittliche Rate, mit der das Gelddrucken fortgesetzt wurde. Und klar, ich habe euch das schon einmal gezeigt, aber das ist einfach unfassbar wichtig. Im Jahr 2020 hatten wir eine M2-Wachstumsrate von 25%. Das bedeutet, dass von der gesamten Menge an US-Dollar, die derzeit im Umlauf sind, da wurde sag und schreibe ein Viertel, also 25% des Gesamtangebots alleine im Jahr 2020 und 2021 geschaffen. Ich meine, das ist eigentlich vollkommen wahnsinnig und selbstverständlich so auch nicht fortzuführen gewesen. Deshalb wurde der Druck zurückgefahren. Aber lasst euch davon nicht täuschen. Das Gelddrucken geht immer noch weiter und zwar mit einer 11%igen Menge. Was auch eine ganze Menge ist für eine jährliche Rate. Ich meine, stellt euch vor, dass die Geldmenge in einem Jahr um 10% steigt. Das ist im Grunde genommen das, was uns hier gezeigt wird. Und natürlich musste damit dann auch die Inflation steigen. Und wir haben Rekordinflationen von 7,5%. In Wirklichkeit ist das sogar noch viel höher. Und nichtsdestotrotz, das Wichtige ist hierbei, dass das ganze Geld irgendwann wieder in Vermögenswerte fließen wird. Es wird in Krypto fließen, es wird in Bitcoin fließen. Und deshalb ist das hier auch meiner Meinung nach einer der aussagekräftigsten Charts, die uns zeigen, dass wir einfach bullisch auf Bitcoin und Krypto sein sollten. Zu guter Letzt möchte ich jetzt noch über das hier sprechen. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Hack. Das bedeutet, 600 Millionen wurden von der Axie Infinity Ronin Bridge gehackt. Worum geht es hier genau? Naja, 173.600 Ethereum und 25,5 Millionen USDC Coins wurden gehackt. Insgesamt beträgt es sich auf 612 Millionen Dollar. Das Ganze wurde gehackt und selbstverständlich kriegt das einen gewissen Druck auf die Kryptomärkte. Denn klar, man weiß halt nicht, was passieren wird. Vielleicht werden sie die Ethereum dumpen. Vielleicht wird es irgendwelche Regulierungen geben wegen dieser Sache. Es gibt einfach immer gewisse Unsicherheit. Und trotzdem hält sich der Bitcoin-Preis dafür ziemlich gut. Man sollte sich halt einfach der Sache bewusst sein, dass dieser Hack gerade stattgefunden hat. Und ja, tatsächlich hat er sogar schon am 23. März stattgefunden. Wurde allerdings erst am Dienstag entdeckt, nachdem ein Benutzer eher angeblich Probleme gehabt hat, als er 5000 Ethereum von der Ronin Bridge abheben wollte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist Ron, der Primary Governance Token, um fast 20% auf 1,88$ gefallen. Und selbstverständlich hat auch Axie Infinity Token einen Hit bekommen. Jetzt gibt es noch eine ziemlich interessante Sache darüber, weil man hat am Tag des Hacks tatsächlich riesige Shorts platziert. Und man hat jemanden gesehen, der mit 50-facher Hebelwirkung wirklich riesige Shorts platziert hat. Und man kann davon ausgehen, dass der Hacker den Markt geshortet hat, weil er natürlich wusste, dass wenn die Leute von diesem Hacker fahren, dann würde der Token umso mehr fallen und das, ja, dann könnte er natürlich richtig viel Geld machen. Das Problem ist einfach gewesen, dass der Hack erst gestern entdeckt wurde. Das bedeutet, er ist tatsächlich liquidiert worden mit seinen Shorts, weil der Preis gepumpt ist, weil niemand diesen Hack entdeckt hat. Jetzt ist der Preis natürlich gesunken, aber er war einfach zu schnell mit seinen Shorts. Das hat er wohl nicht erwartet, dass es sieben Tage dauern würde, bis die Leute davon erfahren würden. Und ja, Shit happens, er ist einfach liquidiert worden. Ziemlich verrückte Geschichte, sowas passiert wohl nur in Krypto. Und jetzt möchte ich mit euch über eine riesige C-Trade-Möglichkeit sprechen. Wie ihr wisst, C-Trade ist ja einer der Partner des Channels, wo ihr bis zu 8.000 Dollar als Tradingbonus bekommen könnt. Und wenn ihr das machen möchtet, dann kann ich euch zeigen, wie das geht. Aber es gibt hier eine Tradingcompetition, die in, ja, in gerade mal einem Tag öffnen wird. Ein bisschen mehr als einem Tag. Das bedeutet, ihr habt auf jeden Fall noch Zeit, um euch da anzumelden. Und hier wird es einen wahnsinnigen Preispool geben. Wenn wir viele Teilnehmer bekommen, weil es hängt davon ab, wie viele da überhaupt teilnehmen, dann könnten es mehr als eine Million Dollar in dieser Tradingcompetition geben. Mindestens allerdings werden es 75.000 sein, was ja auf jeden Fall schon mal eine ziemlich coole Sache ist. Die Tradingcompetition findet jetzt vom 1. bis zum 14. April statt. Und das Ding ist, ihr müsst gerade mal einen Trade machen, dann bekommt ihr eine garantierte USDT-Zuteilung aus dem Pricepool. Das bedeutet, aus 75% des gesamten Pricepools, was insgesamt bis zu 750.000 Dollar sein können. Ihr könnt auch so wenig oder so viel traden, wie ihr möchtet. Am Ende des Tages oder am Ende des Events zählt, wenn ihr zwischen dem 1. und 14. April einen Trade gemacht habt, dann erhaltet ihr einen gleichen Anteil des Pools, und zwar direkt in euren Account. Der Rest der 25% des Pricepools wird dann zwischen den höchsten P&L und so aufgeteilt. Hier können wir jetzt auch den Pricepool sehen, je nachdem, wie viele Leute teilnehmen. Zum Beispiel, wir müssen mehr als 50.000 Dollar haben, dann haben wir einen Pricepool von 1 Million. Und jetzt lasst uns noch einmal über diese Boni sprechen. Wenn ihr den 8.000 Dollar Bonus haben möchtet, dann sind das die Einzahlungsanforderungen. Ihr müsst zum Beispiel 40.000 einzahlen, dann bekommt ihr 1.000 Dollar als Bonus, was eigentlich ziemlich wettbewerbsfähig ist, wenn man sich mal die anderen Börsen anschaut. Und auch 200 Dollar gibt es schon für 10.000 Dollar Einzahlung. Ihr könnt auch einfach einzahlen und dann mit dem Bonus traden. Auf jeden Fall, für alle Leute, die daran interessiert sind, ich werde euch die Bedingungen unten in der Videobeschreibung verlinken. Wie gesagt, bei Interesse einfach mal anschauen. Und das war es dann auch schon für dieses Video. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr mir mal einen Kommentar da lassen würdet, wenn ihr auf den Daumen nach oben drückt und das Video mit euren Freunden teilt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Video.